Musik Hier ist heute ein Riesenangebot, die ganzen Essen wegen Waterland-Dissage mit Burgern und das Krisenherd mit Gulasch, glaube ich. Probiert das alles aus, wenn er nicht vegan ist oder wer das noch gar nicht kennt. Ich glaube, dem wird das sehr schmecken und vielleicht auch mal dazu anregen, weniger Fleisch zu essen oder ganz auf tierliche Produkte zu verzichten. Ansonsten gibt es hier im Druckclub von Mittwoch bis Freitag jede Woche leckeres veganes Essen zu kleinen Preisen von der Compute 22. Wer mal Hunger hat und kein Bock hat zu kochen, kommt hier einfach mal vorbei. Das ist lecker. Nächste Song ist unser letzter Song. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.